Ja, dann begrüße ich Sie erstmal recht herzlich zu diesem Symposium. Ich habe gelesen, es soll ein Symposium sein. Jetzt habe ich mal nachgelesen, was ist denn ein Symposium? Ein Trinkgelage, zu dem man philosophische Gedanken äußert. Jetzt sehe ich hier gar keine Getränke. Also wir machen ein Gelage jetzt, ein PowerPoint-Gelage. Ohne Getränke, aber mit philosophischen Gedanken. Ja, wer war denn beim letzten Mal, beim letzten Tagung, beim Vortrag von mir? Das ist Gott sei Dank noch überschaubar. Okay. Die Frage war ja eben, wie komme ich zur Digitalisierung? Also ich komme ja ursprünglich von der Gestalttherapie, Gestaltpädagogik, war hier in Berlin Gesamtschullehrer an der Otto-Hahn-Oberschule viele Jahre, habe dann an der Hochschule der Künste darüber nachgedacht, wie kann man Lehren lernen, verändern und so weiter. Und habe eigentlich eher mit Verfahren des persönlich bedeutsamen Lernens, Lehrens gearbeitet, Gestaltpädagogik und solche Geschichten. Und dann hat mich aber dieses Buch von dem Manfred Spitzer, digitale Dividende etwas geärgert, weil ich das einfach zu platt fand, wie eher sozusagen in Bausch und Bogen Digitalisierung nur unter dem Aspekt, welche Gefahren bringt es. Und natürlich ist es völlig banal, dass ein übermäßiger Gebrauch digitaler Medien, einseitiger Gebrauch, das sehr schädlich ist. Ja, dazu brauchen wir eigentlich kein Buch schreiben. Es gibt ein paar Untersuchungen. Vier bis fünf Prozent sind davon stark betroffen. Kann sein, dass es auch ein bisschen größer ist, aber in der Richtung. Aber wir hatten auch früher Situationen, dann haben die eben Groschenromane gelesen, FBI Man, Jerry Cotton oder weiß ich was. Also diese Furcht der Pädagogen vor dem Neuen, die ist Jahrhunderte alt und die taucht immer auf. Und da ich selber zwei Kinder habe im schulpflichtigen Alter und selber mitbekommen habe, wie die damit arbeiten und was damit möglich ist, habe ich mich dann intensiver mit diesen ganzen Fragen beschäftigt. Und da ist dann dieses Buch Digitale Dividende, ein pädagogisches Update für mehr Lernfreude und Kreativität in der Schule entstanden. Der Titel hat nicht ganz so gezündet, weil bei Dividende denken die meisten eher an Aktien. Aber gemeint ist eben sozusagen, dass in den digitalen Medien, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden, viele Chancen liegen. Und jetzt haben wir letztes Jahr eine Ringvorlesung gemacht in Kassel. Da habe ich führende Experten, auch zum Beispiel Jörg Träger von der Bertelsmann Stiftung eingeladen. Und da haben wir mal ein bisschen geguckt, was sozusagen möglich ist. Und daraus ist dieses Buch Bildung 2030, sieben Trends, die die Schule revolutionieren, entstanden und erschienen. Und jetzt habe ich natürlich, so wie es üblich ist, viel zu viele Folien und nur eine Stunde Zeit. Und ich werde mich deswegen jetzt auf ein paar Kernpunkte beschränken. Und wenn es ihnen zu viel wird, intervenieren sie sofort, dann machen wir ein Symposium ohne Getränke. Aber wir gehen dann sofort in den Diskurs. Das ist jederzeit möglich. So, ich habe normalerweise einen Vorlauf, wo ich versuche darzustellen, was sich eigentlich im Moment verändert. Wir leben, die Experten sagen, wir leben in der VUCA-Welt. Alles wird volatil, uncertain, komplex und ambiguous. Also Zukunftsentscheidungen werden schwieriger. Wir wissen heute nicht, welche Berufe es in 10, 15 Jahren geben wird. Wir wissen nicht, wie auch der ganze Bildungsrahmen sich durch die Digitalisierung verändern wird. Und mir, da ich ja von der Gestalttherapie, von der humanistischen Psychologie und Pädagogik herkomme, ist es wichtig, deutlich zu machen, dass Digitalisierung nicht alles ist, sondern dass Digitalisierung ein Megatrend ist, der sehr stark unser Leben jetzt schon verändert. Aber wenn es jetzt bezogen auf Schule eingesetzt werden soll, dann stellen sich die alten Fragen der Pädagogik. Man könnte hier Comenius zitieren, der sagte in der großen Didaktik, wir suchen nach der Methode, bei denen sozusagen das Lehren für die Lehrer leichter und für die Schüler sozusagen bessere Ergebnisse herauskommt. Das sind alles ganz alte Hüte. Oder wir könnten John Locke von 1693 nehmen, der sagte, die Hauptaufgabe des Lehrers ist es, eine Methode zu finden, wo die ungehemmte Lust des Schülers am Lernen entsteht. Und der entscheidende Punkt ist nur, dass diese Grundfragen immer vor den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen neu gestellt werden. Und sie werden aber immer wieder vergessen. Zum Beispiel hatten wir jetzt letzte Woche einen Vortrag von Max Fuchs zur Kulturschule. Er hat dann uns so eine kleine Griechische Exegese gebracht. Was heißt Skola ursprünglich? Wer weiß es? Musse. Ja, Musse. Da haben wir uns ein bisschen von der Wurzel entfernt, also wenn man die aktuelle Situation betrachtet. Und insofern ist, wenn wir jetzt über Zukunft reden, und das ist in dem Buch übrigens auch ein sehr schöner Aufsatz von Jürgen Overhoff, ein historischer Pädagoge, der zeigt, dass diese ganzen Fragestellungen schon um 1700, 1800 diskutiert wurden. Und damals es eben genau um diese Grundfrage geht, wie kann man Lernen persönlich bedeutungsvoll machen? Wie kann man Rahmenbedingungen schaffen, dass es attraktiv ist? Und in Zeiten der Digitalisierung stellt sich diese Frage völlig neu. Steve Jobs, der Gründer von Apple, visionäre Vordenker, der hat ja kurz vor seinem Tod gesagt, the next big thing is education. Und wenn die das sagen, dann bedeutet das, dass da Milliarden Investitionen im Moment getätigt werden und dass da ein digitaler Tsunami auf uns zuläuft. In der Vorlesungsreihe war auch Martin Fugmann. Martin Fugmann ist der ehemalige Leiter der Deutschen Schule im Silicon Valley. Und der hat uns ein bisschen erzählt, was da vor sich geht. Aber auch Fugmann sagt, der entscheidende Punkt sind nicht die Geräte, sondern der entscheidende Punkt ist das pädagogische Konzept. Und wenn jetzt tatsächlich die 5 Milliarden kommen sollten, die Frau Wanka uns angekündigt hat, mal sehen. Und die FDP sagt ja auch, Bildung, Bildung, Bildung. Interessant, in der letzten Legislatur haben sie es nicht ganz geschafft. Aber es wird jetzt sicher anders. Und wenn das wirklich kommt, dann wäre es eine Katastrophe, wenn das Geld für Geräte ausgegeben wird, vor allen Dingen. Weil diese Geräte sind innerhalb von zwei Jahren veraltet. Und deswegen ist die Devise, die Fugmann sagt, bring your own device. Und das werden wir gleich sehen. Ja, ich glaube, es sind sieben Trends, das ist natürlich eine kühne Sache, denn wir wissen ja aus der Zukunftsforschung, es gibt nur eine Gewissheit, der Zeitgeist irrt immer. Also es ist eine Mischung aus Trend und Wunsch. Auf jeden Fall sind sich die Experten einig, dass sich durch die Digitalisierung der Grundmodus den Schule seit 200 Jahren, das ist ja erst 200 Jahre her im Prinzip, industrielle Revolutionen, Preußen und so weiter, also diese Massenproduktion, dass der sich auflöst. Und die Frage jetzt Wissensvermittlung, reine Wissensvermittlung, tritt stärker in den Hintergrund. Und weil, wenn ich was wissen will, dann drücke ich hier drauf und frage Siri. Also Wissen anzuhäufen, auswendig lernbares Wissen, macht in Zeiten der Digitalisierung weniger Sinn. Natürlich muss man Grundwissen haben, sonst kann man auch keine Fragen stellen. Aber sozusagen viel wichtiger wird es eben, kritisch damit umgehen zu können. Und der Niederrümlin, der ehemalige Staatsminister, der hat neulich einen Vortrag gehalten, wo er sagte, es geht um die Ausbildung der kritischen Urteilsfähigkeit. Und wenn wir sehen, was jetzt mit diesen Fake News und diesen ganzen Geschichten läuft, dann ist eine entscheidende Frage der Digitalisierung, wie machen wir die Kinder und Jugendlichen so kompetent, dass die wissen, was dahinter läuft in den Systemen. Und der Witz ist, Lehrer, Lehrerinnen denken ja immer, die sind so, die kennen sich so gut aus und da blamiere ich mich wenn und so, völliger Quatsch. Die kennen sich zwar mit diesen Daddelgeschichten aus, aber mit den komplexen Hintergründen kennen sich die meisten Jugendlichen nicht aus. Und hier ist ganz wichtig, dass wir hier dran arbeiten. Und wenn das Ding heißt, bring your own device, dann geht es eigentlich darum, dass die lernen, dieses Gerät als ein Arbeitsinstrument zu nutzen. Und wir stehen ja vor einer absoluten Revolution. Es wird Apps über Gesundheit, Bewegung, Medizin zu fast allen Dingen geben. Das heißt, das ist das digitale Schweizer Messer des 21. Jahrhunderts. Und das wird sozusagen ein umfassendes Arbeitsinstrument, und das ist es ja zum Teil noch nicht. Wenn Sie mal gucken, wie sich die Technologie entwickelt, so sah eine Papstaudienz in den 80er Jahren aus und so sieht sie heute aus. Und ich bin vor acht Jahren, so bin ich in Hannover, war ich in so einem Möbelcenter, fahre da zurück, stehe im Stau, klopft einer an die Scheibe und sagte, willst du zu Madonna? Halber Preis. Und ich dachte, vielleicht ist das ja fake und so, aber warum eigentlich nicht? Also habe ich 100 Euro gegeben und saß eine halbe Stunde später im Madonna-Konzert im Stadion. Und was mich dann irritiert hat, als das Konzert vorbei war, was passierte? Damals in der Waldbühne, als die Rolling Stones da waren, hatten wir Wunderkerzen. Nur Handy-Displays. Und das ist die Situation, wir haben heute eine fast 100%ige Abdeckung. Schon 12-Jährige haben zu 80% eine Flatrate. Wir haben sogar schon 60% der Haushälte mit Tablet und so weiter. Das heißt, von der Ausstattungsseite sind im Prinzip die Bedingungen gegeben und die, die sowas nicht haben, das kann man dann über Lernmittelfreiheit oder weiß ich was setzen. Und da die meisten Anwendungen browserbasiert sind, ist es eben auch möglich, mit unterschiedlichen Geräten zu arbeiten. Und der Vorteil ist eben dann, dass die Schüler selbst die Wartung organisieren müssen und nicht sie. Das ist ja immer das Problem bei diesen alten Sprachlabors oder auch bei den Smartboards. Da sind sie dann immer zuständig. Aber das verlagert sich dann. Also die Devise jedenfalls, die Leute wie Fugmann sagen, ist, bring your own device. Allerdings, die Realität ist noch immer, bei Ihnen wahrscheinlich nicht, denn Sie interessieren sich hier dafür, dass in einer Mehrzahl der Schulen Handys verboten werden, schlichtweg. Ich war neulich in Krefeld in so einem alten Preußen-Gymnasium. Der Schulleiter war mega stolz und draußen hat er so ein großes Schild gehabt, das war ein iPhone durchgestrichen. Da habe ich ihm gesagt, ich glaube, sie sind nicht zukunftsfähig. Weil ihre Schüler, die sind fünf Stunden am Tag damit beschäftigt und ich weiß, wovon ich rede, denn ich sehe meine Kinder. Und das heißt, und die machen damit zum Teil, zum Teil jedenfalls, auch ganz Kreatives. Was allerdings die meisten Lehrerinnen und auch Schüler noch nicht wissen, dass es fantastische Lernsoftware gibt, die man mit dem Handy benutzen kann. Und ich habe in dem Buch ein paar Links drin beschrieben. Und der Jörg Träger von der Bertelsmann Stiftung, der hat ja dieses Buch geschrieben, die digitale Bildungsrevolution, ist etwas schlechter als meins, aber ist populärer geschrieben. Und jedenfalls, die Bertelsmann Stiftung zu dem Schluss, also dass wir sozusagen vor so einer Welle sind, Internet, Big Data verändern die Welt. Entscheidend ist, dass die Zugangshürden sinken, also insbesondere für die dritte Welt. Wenn Sie heute in Bangladesch sitzen und Sie haben einen einfachen Computer, können Sie quasi einen Kurs am MIT machen. und ohne etwas zu bezahlen. Entscheidend ist sozusagen die Personalisierung. Wir reden ja endlos über Individualisierung des Lernens und wir wissen, dass Binnendifferenzierung ganz schwierig ist. Aber mit digitalen Medien, mit entsprechenden Lernplattformen ist sowas möglich. Die Bildungskosten sinken, weil sozusagen die Dinger ja endlos vervielfältigbar sind. Die entscheidende Frage, die im Moment läuft, ist halt, werden es Open Educational Resources, also wird sich eine Bewegung durchsetzen, dass diese ganzen Bildungsgüter frei sind. Und es gibt ja da Bewegungen, Lehrerbewegungen inzwischen, die, es gibt diese Gruppe Serlos, also einen Zusammenschluss von Mathelehrern in Berlin und München, die selber eine Lernplattform machen. Es gibt, werden wir gleich sehen, in Baden-Württemberg eine Lernplattform Dealer. Oder, ob es eben kommerziell organisiert wird, über die Verlage. Die Verlage halten sich im Moment noch sehr zurück, weil die haben natürlich Angst, ihren Schulbuchmarkt zu verlieren. Südkorea hat seit diesem Jahr die Schulbücher abgeschafft und arbeitet nur noch mit Tablets. Also das ist eine Entwicklung, die sicherlich jedenfalls zunehmen wird, allein aus Kostengründen, weil wenn Sie den Schulbuchetat rechnen gegen ein Tablet, dann haben Sie da viele Möglichkeiten und die Software ist immer aktuell. Und, was man natürlich sehen muss, es beginnt ja erst, dass intelligente Anwendungen entwickelt werden. Wir sind ja erst in der Vorform. Aber da ist natürlich Unglaubliches möglich. Und, was hier der, von Bertelsmann nochmal sagt, wir haben 2,8 Millionen Studenten in Deutschland. Die Online-Universität Coursera hat allein 22 Millionen. Mit einem viel geringeren Etat und so weiter. Also da ist natürlich auch Rationalisierungs drin. Auf der anderen Seite muss man auch klar sehen, es zeigt sich, dass diese ganzen Hoffnungen mit den MOOCs, mit den Massive Open Online Courses und diesen Geschichten verfrüht waren, weil irgendwie halten es dann doch wenige durch, nur mit diesen digitalen Medien zu arbeiten. Also diese Mischung Blended Learning mit Präsenzlernen, Unterstützung von Digitalen wird es wichtig sein. Und ich bringe immer das Beispiel, als der Computer auftrat, da war ja sozusagen die These, jetzt haben wir das papierlose Büro. Wir brauchen nichts mehr ausdrucken. Die Wahrheit ist, es wurde nie so viel ausgedruckt, wie seitdem es Computer gibt. Und ich vermute, dass das mit dem Digitalen genauso sein wird. In dem Maße, wie wir hinter diesem Flachbildschirm sitzen, wollen wir direkten Kontakt. Und werden die anderen Bereiche wichtiger. Also geht es nicht, sind diese Befürchtungen, dass jetzt alles sozusagen nur noch digital wird, überzogen. Im Arbeitskreis Stack Overflow, das ist so ein Internetforum für Programmierer, da haben wir 200 Millionen Zugriffe pro Monat. Und Sie müssen sich mal überlegen, was das bedeutet. Das bedeutet ja eine enorme Beschleunigung des Informationsaustauschens, der Wissensaggregation, der Ideenproduktion und so weiter. Also das ist eigentlich ein zentraler Punkt, diese ungeheure Beschleunigung. Wir haben in Deutschland 1,2 Millionen Nachhilfeschüler. Bei der Kahn Akademie, das ist diese kostenlose Gemeindennützige Plattform von Salman Kahn, haben wir 950 Millionen Downloads pro Monat. Das heißt, diese ganzen Befürchtungen, jetzt verflacht die Bildung und so, passiert genau das Gegenteil. Es wurden nie so viel Bildungsinhalte aufgerufen, verteilt wie heute. Und das ist, wie gesagt, erst der Anfang. Der digitale Medien senken Zugangshürden und ermöglichen eine breite Bildungsbeteiligung. Jener Mann, Mensch hier, der noch vor zehn Jahren völlig unbekannt war, Mr. Zuckerberg, heute einer der reichsten Menschen der Welt, der träumt natürlich davon, dass das demnächst so aussieht. Das wäre natürlich ganz günstig, weil dann brauchen wir keine Schulen mehr bauen, sparen wir viel Geld. Weil die Frage ist in der Tat, brauchen wir überhaupt noch diese Formen, wenn Lernen zeitunabhängig wird, ortsunabhängig, mobil, völlig egal, wo ich bin. Wenn ich in virtuellen Räumen arbeite, wozu, dann brauche ich eigentlich mehr Relax-Umgebung und so weiter. Ich glaube nicht, dass so die Zukunft des Lernens aussieht. Ich glaube, dass das Spezialanwendungen sind, beispielsweise in Biologie, dass man eine Reise durch den Körper macht oder dass man durch den Louvre läuft, im Kunstunterricht. Kann man ja alles heute schon machen. Wahnsinn. Und er hier, das habe ich beim letzten Mal schon mal gesagt, für die, die jetzt letztes Mal da war, ist nichts Neues, aber ich merke immer, dass es viele noch gar nicht kennen. Salman Kahn, ganz typisch, die Innovationen entstehen am Rande von Personen, die eigentlich mit der Sache gar nichts zu tun haben. Ehemaliger Hedgefondsmanager, ärgert sich, dass seine Nichte in Mathe immer Fünfen kriegt. Und sagt, die ist doch viel intelligenter. Jetzt ist die 500 Kilometer entfernt. Wie kann ich der Nachhilfe geben? Er kauft sich ein kleines Tablet, Zeichentablet, man macht einen kleinen Clip, man sieht nur eine schwarze Fläche, bunter Stift. Pythagoras, this is A, this is B, this is C. Stop, repeat, this is A, this is B, this is C. Kommt eine kleine Aufgabe, wenn man sie richtig hat, excellent, you're great. Wenn man sie falsch hat, stop, repeat, this is A, this is B, this is C. Und da sagt der Arnand Agwell, der Gründer der Online-Universität Eddix, der hat so ein Bild von so einem Klassenraum und sagt, in 100 Jahren wird man so ein Bild zeigen und wird sagen, guckt mal, so wurde früher unterrichtet. Und da gab es nicht mal einen Rewind-Knopf, wenn man was nicht verstanden hat. Also das ist so die Kritik und Kahn sagt ja, der hat dieses, der hat ihr das geschickt, die ist in Mathe super geworden und irgendwann hat jemand gesagt, stellt es doch mal ins Netz. Millionenfach abgerufen worden, er hat seinen Beruf aufgegeben, er hat die Gemeinnütziger Kahn Akademie gegründet, können Sie nachher gleich Ihre Klasse anmelden. Es wird teilweise im Deutsch übersetzt. Es gibt 4000 Mathe-Videos, die auch mit einem Advanced Organizer organisiert sind und so weiter, alles kostfrei. Und der entwickelt im Moment dieses Prinzip für alle Schulfächer. Jetzt sagt Kahn nicht, die Schüler sollen jetzt nur noch hinter einem Schirm sitzen und solche Videos gucken. Nee, natürlich nicht. Sondern es geht darum, dass bei der Einführung von Grundwissen oder beim Nacharbeiten, beim Üben, so ein Instrument als Unterstützung geht. Und es gibt auch eine App hier. Auf meinem Handy habe ich praktisch die 4000 Videos. Und das wäre natürlich fantastisch, wenn Schüler plötzlich Lust kriegen würden, mal in der Stunde zwischendurch auf dem Handy, mal kurz irgendeine spezielle Gleichung nachzugucken oder eine Rechnung und so weiter. Was entscheidend ist, der nächste Schritt ist eben Data Mining. Wir erleben es jetzt ja im Moment schon, wenn Sie bei Amazon was einkaufen oder so. Ich wollte mir einen Zweitwagen mal zulegen, so ein Mini. Und dann gehe ich auf die Spiegel Online Seite und irgendwann fällt mir auf, dass ich ständig Mini-Werbung kriege. Also ich bin schon im Filter. Und das wird jetzt auf Schule übertragen, sozusagen. Der Schüler wird verfolgt. Wie oft war er im Netz? Was hat er gerechnet? Wo hat er Schwierigkeiten? Und in dem System kriegen Sie eine automatische Rückmeldung am Ende der Woche von Ihrer Klasse. Wer war wie oft drin und so weiter. Wer hat wo Probleme? Und dazu gibt es auch ein Peer-Learning-Tool. Eine Schule, die in Deutschland jetzt angefangen hat, mit solchen Systemen zu arbeiten, ist die Freier vom Steinschule in Neumünster. Maike Schubert. Finden Sie die Homepage. Die hat den Deutschen Schulpreis 2016 bekommen, war in meiner Vorlesung. und die sagte, der entscheidende Punkt ist, nicht die Geräte, sondern der entscheidende Punkt ist, wir haben ein Jahr lang mit den Kollegen überlegt, was ist unser pädagogisches Konzept? Was wollen wir erreichen? Wie können wir die Lernumgebung so verändern? Und wir werden auch gleich sehen, wie das aussieht. Ein ganz innovativer Ansatz hat auch die Gemeinschaftsschule in Butersching, an der Schweizer Grenze, die Allemannenschule, die versucht hat, damit zu arbeiten. Was ist das? Wer hat sowas? Wer hat hier sowas? Noch nicht verbreitet? Alexa. Also diese semi-intelligente Box von Amazon. Da können Sie in Ihrem Wohnzimmer sein und sagen, Toilettenpapier ist alle. Nächsten Tag wird es vorbeigebracht. Das kontrolliert auch permanent natürlich, was Sie so denken. Sie kriegen auch entsprechende Angebote und so weiter. Das ist sozusagen jetzt die neue Form, die jetzt entwickelt wird, dass die übergehen zu Systemen, wo künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Künstliche Intelligenz allerdings in rudimentärer Form, aber so also mit Algorithmen, die mich beobachten und dann lernen, was meine Vorlieben sind und mir dann natürlich immer Angebote machen, wo ich mich dann wohlfühle und gar nicht merke, dass ich unter Umständen in eine bestimmte Richtung komme. Und es ist ja im Moment so, dass viele befürchten, dass durch diese Computer und so weiter die Schüler weniger schreiben und so weiter. Und ich war unlängst auf der Buchmesse in Leipzig. Bei der ARD hatten wir ein Forum und da war ein junger Lehrer, der ein tolles Buch geschrieben hat, Lesen ist geil oder so. Und der hat dann eine flammende Rede gehalten, wie die Schüler verrotten. Die hängen nur noch an den Netzen und die sind, und ich dachte, mein Urgroßvater redet. Und dann stand die Frau von der Stiftung Lesen auf und sagte, hören Sie mal, wo leben Sie denn? Es wurde nie so viel geschrieben, gelesen wie jetzt. Das ist ein anderes Format, was die haben. Allerdings habe ich natürlich die Befürchtung, wenn jetzt diese Sprachsysteme kommen, dass es sich dann ändern wird. Weil wer schreibt noch, wenn ich nur einen Befehl geben muss? Also hier muss man sich klar machen, dass natürlich die Welt der traditionellen Schule und die Welt, in der Kinder zunehmend leben, völlig auseinanderfällt. Und meine kleine Tochter, wir haben eine super Bibliothek, ich habe fast alle Kinderbücher, meine ältere Tochter hat die alle gelesen. Meine kleine Tochter sagt, die Bücher interessieren mich nicht, ich gucke bei Fanfiction, lese ich und so. Das ist ganz schwer, sie zu motivieren, für, weil sie in einer anderen Sache ist. Was ist mit ihm los? Was macht der? Was? Der macht ein Computerspiel. Und es ist volle Konzentration, Faszination, versunken in der virtuellen, wäre doch toll, wenn Ihre Schüler so im Unterricht da säßen. Wenn man sich das anguckt, ist alles genau das, was man braucht hier, ich will es nicht alles vorlesen, ist eigentlich die ideale Lernsituation. Und selbst Schiller wäre begeistert, denn der hat gesagt, der Mensch ist nur der ganz Mensch, wo er spielt. Könnte es, und wie gesagt, Skohle heißt Muse, könnte es sein, dass wir ein bisschen vergessen haben, dass Lernen eben auch spielerisch sehr stark stattfindet. Also gerade Kinder bis zum sechsten Lebensjahr haben ja den größten Teil der Dinge, die sie sich angeeignet haben, in spielerischer Form. Und dann kommen sie plötzlich in die Schule und da haben sie folgendes Problem, sie sollen alle das Gleiche machen, ich karikiere jetzt ein bisschen, aber in der Richtung. Und dann langweilen sich halt einige und einige steigen aus, weil sie nichts verstehen, weil es zu schnell ist, weil es keinen Rewind-Knopf gibt. Und es weitergeht. Und sie in den Flow-Kanal, also dem Kanal, wo sie höchstes Engagement, höchsten Lernzuwachs haben, da kommen sie nur, wenn eine Herausforderung leicht über ihren Fähigkeiten ist und nicht zu hoch. Und wenn sie 30 Schüler mit unterschiedlichen Lernständen haben, ist es verdammt schwierig, die in diesen Kanal zu kriegen. Und ich glaube, dass digitale Medien, aber auch solche Spielumgebungen, Gamification heißt der Terminus, da vielleicht Wege zeigen, wie man das hier optimieren kann, auch im Sinne von Comenius. Das ist Jane McGonigal, das ist die führende Spiele-Designerin und zwar entwickelt die Serious Games, ernste Spiele. Das heißt, da gibt es Spiele, 5000 Leute spielen, international vernetzt, eine Welt ohne Öl. Welche Lösungen gäbe es? Oder es gibt Spiele gegen Depressionen. Es gibt für fast alle Probleme inzwischen solche Spiele. Sie können das bei TED finden, da ist Ihr Vortrag, wo sie das beschreibt. Das ist eine Richtung. Jetzt hat, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, in der Zeit mal Fritz Breithaupt den idealen Lehrer beschrieben. Das können Sie mal überprüfen, ob Sie ein idealer Lehrerin oder Lehrer sind. Bestrafen Sie nie. Regen Sie unablässig an. Weisen Sie auf jeden Fehler hin. Geben Sie jedem sofort Unterstützung. Geben Sie Arbeiten innerhalb von einer Stunde zurück. Begleiten Sie die Schüler das ganze Leben. Vergessen Sie nichts. Kennen Sie all Ihre Stärken und Schwächen. Geben Sie zielgenaue Anforderungen. Geben Sie jedem immer sofort Feedback, und zwar passgenaues Feedback. Und vor allen Dingen, natürlich unterrichten Sie ortsunabhängig zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das sind so normale Anforderungen an einen idealen Lehrer. Was ist das? Das ist ein Atavar. Also eine künstlich animierte Figur, die auf Algorithmenbasis den Schüler verfolgt und ihn sozusagen genau kennt. Sie kennen ja diese Hinweise, wenn Sie, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, wenn Sie etwa so 25 Facebook-Likes gemacht haben, kennt Facebook Sie besser als Ihr Partner. Ja, das ist inzwischen so weit entwickelt. Daran sieht man auch, wie ambivalent die ganze Geschichte ist. Ja, also die Frage, die man sich ja auch stellen muss, wollen wir das? Wollen wir da hinkommen? Und die Entwicklungen in diesem Bereich sind natürlich rasant, weil die Rechenleistung immer billiger wird und das von daher sozusagen die Möglichkeiten dramatisch zunehmen. Inzwischen sind Prototypen von künstlicher Intelligenz im Kinderzimmer angekommen, aber nicht in der Schule. Schule gilt als modern, wenn ein Kollege das Whiteboard bedient. Da sind die natürlich schon viel weiter. Und ich glaube halt, wenn Schule sich diesen Entwicklungen nicht stellt und stellen heißt nicht, dass ich jetzt mich diesen Entwicklungen anpasse, sondern selbstbewusst eine Position dazu entwickle. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und wir entscheiden, wie gehen wir mit diesen Entwicklungen um und was nutzen wir, was weisen wir aber auch zurück und dazu braucht man ein pädagogisches Konzept und man braucht vor allen Dingen Netzwerke. In Baden-Württemberg haben sich 37 Schulen zu dem Netzwerk Dealer zusammengeschlossen. Da können sie jederzeit mitmachen, haben nur eine Bedingung, sie müssen auch was beitragen. Und die versuchen, solche digitalen Medien zu entwickeln und für die Schulen zur Verfügung zu stellen. Ja, der Trend geht in Richtung Lernnavigator. Wenn Sie mal schauen, wenn Sie hier irgendwo hinfahren, heute mit dem Auto, dann stellen Sie Ihr Navi an und wenn Sie sich verfahren, dann bringt das sofort die passende Route. Und was die im Silicon Valley vorhaben, ist eben Lernprogramme zu entwickeln und was der Kahn auch macht, dass Sie sozusagen den Schüler kennenlernen und ihm dann individuelle Lernangebote machen, die der Stufe seiner, nach Wigotzki, die Zone der nächsten Herausforderungen, also die ihn sozusagen da abrufen, wo er ist und dann noch in verschiedenen Modalitäten der Stofferarbeitung. und das ist alles etwas, was ein einzelner Lehrer wahrscheinlich nicht kann, aber das ersetzt nicht den Lehrer, sondern das könnte Entlastung bringen. Wenn man das, aber die Voraussetzung ist natürlich, dass man so etwas kennt und ich glaube, dass natürlich die Kultusminister sich überlegen werden, die haben es noch nicht kapiert bisher, aber die werden sich auch überlegen, was kann man da rationalisieren. Und der entscheidende Punkt ist, wenn Schule an dem Traditionsmodell, also ich karikiere jetzt ein bisschen, frontale Belehrung und so weiter, Wissensvermittlung festhält, dann gibt es riesen Rationalisierungsbedarf, denn das, was ich jetzt hier gerade mache, kann ich auch vor 2000 Leuten machen, das ist kein Unterschied. Aber was Sie machen müssen, ist eben, dass Sie sich auf das konzentrieren können, Beziehungskompetenz, Selbst- und Sozialkompetenz, kritische Urteilsfähigkeit, Lernberatung, Lernumgebungsdesign, also sozusagen zu gucken, was braucht der, wo sind die Instrumente, die ihm helfen. Wenn Sie das machen, dann sind Sie unersetzbar. Das kann keine Maschine, aber diese anderen Dinge können. So, jetzt muss ich mich hier beeilen und wieder, oh Gott, jetzt müssen wir mal beschleunigen. damit zusammenhängt natürlich die veränderte Lehrerrolle. Wir machen ja diese Zukunftswerkstattabbau von Belastungen, zweimal im Jahr mit 120 Schulleitern und die skizzieren in der ersten Phase immer ihre Situation und das ist so eine typische Situation, der Kollege erzieht, wie Sie sehen, massiv, die machen hier Kommunikation, der baut Flugmodelle, Auseinandersetzung mit modernen Medien, Party. Also da ist alles drin, was man braucht, aber wenn der die nächsten 20 Jahre so unterrichtet wird, dann Burnout-Kandidat. Das wird er nicht aushalten, er braucht ein anderes Modell und dieses Modell wird sicherlich nicht das sein, was Pink Floyd karikiert haben, nämlich den Gleichschritt und das ist das Modell der Traditionsschule, sozusagen letztendlich, sondern es wird um Individualisierung, Personalisierung gehen. Und die Frage ist, was ist dann der Faktor, der Kinder wirklich dann voranbringt und jetzt hat hier eine amerikanische Psychologin sich mal die Frage gestellt, was ist eigentlich entscheidend für den Erfolg eines Menschen? Ist es IQ, soziale Herkunft oder Talent? Ich kann Ihnen sagen, das alles ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die Mischung aus Ausdauer und Leidenschaft, nämlich die Charakterstärken, dass ich etwas habe, was mich begeistert. Sie hat das gemacht für die amerikanische Armee, da ging es bei West Point drum, das ist eine fürchterliche Ausbildung, so eine Elite-Soldatenausbildung und die wollten rauskriegen, wer hält durch und wer wird sie bestehen. Und IQ war nicht entscheidend, soziale Herkunft war nicht entscheidend, Talent war nicht entscheidend. Die kann zu 90 Prozent voraussagen, mit ihrem GRID-Test, GRID nennt sie das, wer durchhalten wird. Also die entscheidenden, sie können, also auch mit bescheidener Begabung kann man was werden, wenn man etwas findet, was der Ken Robinson, Sir Ken Robinson, das Element nennt. Das Element ist etwas, was mich innerlich berührt, was mein Ding ist, um es mit Udo Lindenberg zu sagen, etwas flapsig. Und die entscheidende Herausforderung ist eigentlich auch im Zeitalter der Digitalisierung, diese Instrumente zu benutzen, um Schülern zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten und herauszufinden, was ist meine Sache, wo kann ich mich weiterentwickeln. Und dafür brauchen sie eine anregende Umgebung und die anregende Umgebung kann nicht eine normierte sein, sondern sie muss eine individualisierte sein. Sie muss nämlich passen, wie mit dem Flow-Kanal, den wir vorhin gesehen haben. Also, dass wir da reinkommen. Und jetzt ist noch ein weiterer wichtiger Punkt. Die traditionelle Schule konzentriert sich ja auf Wissensvermittlung. Dummerweise ist Wissen keine Kompetenz. Wir kennen genug Leute, die ganz viel wissen, aber völlig inkompetent sind. Kompetenz ist die Mischung aus Wissen, Haltung und Handlung. Das heißt, wir brauchen Umgebungen, wo die was machen. Wo die, handlungsorientierter Unterricht, das ist eine alte Sache. Aber das wird, im Zeitalter der Digitalisierung kriegt das nochmal eine andere Qualität. Insofern zum Beispiel, weil sie aus dem Klassenraum heraus können sie einen Wikipedia-Artikel schreiben. Und wenn sie einen Wikipedia-Artikel schreiben an die Schüler und sehen, was mit denen passiert, dann ist das was anderes, als wenn die ein Referat schreiben, was sie hinterher in den Papierkorb werfen oder abheften. Sie werden nämlich Teil der kollektiven Intelligenz, wenn sie was Intelligentes schreiben. Und das heißt, da entsteht eine völlig neue Form der Vernetzung mit der Umwelt. Und das ist das, was der Ulrich Weinberg von der Hasso-Plattner-Schule, da wo die das Design-Thinking entwickeln, Network-Thinking nennt. Der sagt, wir haben uns angewöhnt, das Wissen in Fächer zu verteilen. Das war ein Riesenfortschritt, deswegen haben wir so einen tollen gesellschaftlichen Reichtum und so viele Erkenntnisse. Aber heute sind wir auf einem ganz anderen Niveau. Heute brauchen wir fächerübergreifendes, vernetztes Denken. und die Schubladen werden zum Hindernis. Eine Schule, die das beispielhaft versucht, ist die IGS Göttingen in Göttingen. IGS Göttingen, Göttingen, danke. Und zwar haben die seit, das machen die schon seit 15 Jahren, die Schüler in Sechser-Teams aufgeteiltener Klasse. Das heißt, jede Klasse besteht aus fünf Sechser-Teams leistungsgemischt. Und die arbeiten nach ein, anderthalb Jahren Trainingsphase weitgehend selbstständig. Und der Vorteil ist natürlich, dass sie als Lehrer dann nur noch fünf Ansprechpartner haben und viele Probleme in dem Team gelöst werden. Und die Lehrer selbst arbeiten auch im Team. Und jetzt gibt es in Göttingen einen Riesenskandal, die Presse und so weiter, weil beim Abitur hat diese Gesamtschule einen Abischnitt von 2,2 gehabt, während die Gymnasien nur 2,5 hatten. Fand ich hochinteressant. Das zeigt nämlich, Gesamtschule kann sogar besser sein als Gymnasium, wenn es eine intelligente Arbeitsorganisation hat. Also wenn man es schafft, das Potenzial der Schüler zu organisieren. Jetzt hatte ich vorhin die Freier vom Steinschule genannt. Die hat das ganz konsequent umgesetzt, wie gesagt, nach einem Jahr Diskussionen über das pädagogische Konzept. Die haben, die arbeiten in altersübergreifenden Teams, die Schüler. Und es gibt in den Hauptfächern nicht mehr getrennte Fächer, sondern nur noch Werkstatt oder Kult. Das steht für Kulturtechniken. Und die Schüler werden vor Herausforderungen gestellt, die sie sich zum Teil selbst wählen und arbeiten dann mit Unterstützung digitaler Medien bei der Lösung dieser Probleme. Und da hat sich die Lehrerrolle völlig verändert. Die Lehrer sind sozusagen quasi, die müssen den ganzen Rahmen organisieren, müssen solche Lerndesigns erarbeiten und müssen die Schüler begleiten. Wer das am extremsten auch umgesetzt hat, ist die Allemannenschule in Buttersching. Die haben sogar ein entsprechendes Gebäude. Da gibt es keine Klassenräume mehr, sondern die Schüler haben hier ihre individuellen Arbeitsplätze in diesen Lernhäusern und arbeiten dann im Wechsel von allein im Team. Oder es gibt natürlich auch Instruktionsphasen. Und der entscheidende Punkt ist, die Schüler können entscheiden bei der Einführung eines neuen Stoffes, ob sie den durch einen Lehrer eine Instruktion haben wollen oder ob sie sich selbst arbeiten. Und ein Drittel der Schüler möchte sich selbst arbeiten und schafft es auch. Also da ist, und dadurch werden natürlich Lehrer auch wieder entlastet, weil die sehr stark verändern. Wir haben jetzt hier gesehen, so sieht das aus. Das hier war Schulbaupreis 1993 in Berlin. Wie finden Sie die Schule? Rittelmeier, mein Kollege, hat ein sogenanntes semantisches Profil gemacht. Der hat also Schüler befragt, wie sie das finden. Und da kam dann raus, Fabrikationsanstalt von Klonen, Fabrik, Gefängnis und so weiter. Das sind überholte Modelle und die große Herausforderung wird sein, wie können wir die verändern? Ja, da teilweise müssen Wände rausgehauen werden, da mehr Glas rein. Es müssen Begegnungsräume geschaffen werden. Wir hatten jetzt für Braun Melsung, einen großen Medizinhersteller, einen Workshop über das Büro der Zukunft. Die bauen sowas nicht mehr. Das sind irgendwie Lernlandschaften mit Rückzugsräumen, mit Spielräumen, mit Konzentrationsräumen. Also solche Geschichten. Und ein Hindernis ist sozusagen das klassische Modell von Unterricht. Man hat auf der Didakta-Lehrer mal befragt, wie es der Klassenraum der Zukunft aussieht. Die malen dann immer sowas. Was fällt Ihnen auf? Beachtlich finde ich die Schülerzahl. Sechs Schüler, der Traum. Aber was passiert, wenn man sechs Schüler hat? Die muss man einzeln setzen. Sonst arbeiten die nachher zusammen. Und hier vorne braucht man so eine Kanzelrednerpult. Es ist schon absurd. Und in Australien hat die Klassenräume der Welt fotografiert, in einem tollen Band. Und wie sehen die aus? Da kommt raus, die sehen fast alle gleich aus. Und da der Ken Robinson sagt, das ist in den Genen der öffentlichen Erziehung dieses Modell. Aber ich glaube, wir sind im Moment in der Phase, wo dann Wandel sich langsam abzeigt. Der kommt natürlich auch aus der Wirtschaft zum Teil, weil die andere Formen der Kooperation haben. Und der kommt natürlich auch aus der Gesellschaft und auch aus der veränderten Lebenswelt der Kinder. Das ist die Evangelische Schule Gelsenkirchen. Die ist partizipativ geplant mit Lehrern, Eltern, Schülern. Aber die Frage ist, brauchen wir wirklich das oder verliert der Raum überhaupt an Bedeutung? Also weil, wie gesagt, es alles mobil wird. Und das ist Karl-Heinz Imhäuser von der Montagsstiftung. Die haben ja ein tolles Buch gemacht über Schulbauten der Zukunft und auch geben Unterstützung. Und der sagt eben, wir müssen dieses Modell auflösen. Nämlich der isolierte Schüler, der vielleicht noch das Buch aufstellt, damit ihm keiner abschreibt, reinguckt. Das ist eigentlich vorbei. Es geht um Kooperation, auch auf der Ebene von Lehrern. Und das ist aus der Oskar-Miller-Berufsoberschule in Kassel. Die haben oben teilweise die Wände rausgehaut, wo bis zu 100 Schüler in einem Großraum arbeiten in Teams und die Lehrer sitzen in dem Team und wenn der Schüler eine Frage hat, muss er eine Wartemarke ziehen zur Beratung. Die Kollegen sind jetzt ständig in China unterwegs, weil die jetzt, die Chinesen, hochinteressiert sind, wie kann man so lernen, anders organisieren. So sieht das hier, wie gesagt, in Wuttersching aus und was eben auch gesagt wird, das Mobiliar sollte flexibel werden. Das sind diese berühmten Sechser-Tische, die sie beim Design-Thinking benutzen. Die Evangelische Schule Berlin Zentrum, Frau Raaswelt, die hat sowas natürlich auch eingerichtet, aber das musste nicht viel Geld kosten, das haben die Schüler gebaut zusammen. mit, also man kann sowas entwickeln. Was ganz wichtig ist, wenn es um die Schule der Zukunft geht, Schulen brauchen ein Leitbild. Wenn ich in Kolleginnen komme und frage, haben Sie ein Leitbild, sagen die Leute immer klar, sage ich ja, und was steht da drin? Dann kommt die Antwort, das hat der Stellvertreter gemacht. So ein Leitbild können Sie vergessen, ein Leitbild muss ein richtiges Bild sein. Wir haben hier mit dem Berufsschule in Luxemburg, die wird neu gebaut, haben wir mit den Kollegen in einem längeren Prozess ihr Leitbild entwickelt. Und dazu gehört ein Zukunftscode, also drei Werte, die beschreiben die Richtung der Arbeit, kooperativ, innovativ engagiert. Jetzt hat jeder Kollege dieses Bild und diese drei Werte und damit wissen die, wo es hingehen soll. Ich bin jetzt relativ schnell durchgegangen, um hier mit der Zeit hinzukommen. Wir werden die Folien ins Netz stellen, dann können Sie die nachschauen. Bei Digitalisierung denkt niemand an Gesundheitsorientierung, außer unser Trainer vorhin. Der hat es sehr richtig erkannt. Wir werden nicht gesünder, wenn wir vor diesen Apparaten sitzen. Und auch, wenn der Schulalltag so strukturiert ist, dass immer noch was dazu kommt. Inklusion, Flüchtlinge, jetzt sollen Sie noch nebenbei eine kleine Digitalisierungsstrategie, also das kann man ja nebenbei machen. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen, ich sagte es, Gohle, Muse, wir brauchen Räume für Entspannung. Wir brauchen in dem Maße, wie der Arbeitsdruck wächst, brauchen wir weniger Stoff, brauchen wir Entschlackung und brauchen wir eine Schule, in der Entspannung herrscht. Das Gegenteil ist der Fall der Aktionsrat Bildung. Der Bayerische hat mal alle Studien zur Lehrerbelastung zusammengestellt und da kommt eben raus, wir haben eine zu hohe Belastung. Übrigens auch nicht nur bei den Lehrern, auch bei den Kindern. Der Chefarzt der Kinderpsychiatrischen Kinderklinik in Hamburg, Herr Markwort hat ein Buch geschrieben, Burnout Kids und er zeigte, dass schon Dritt- und Viertklässler unter Erschöpfungsdepressionen leiden, zunehmend. Das heißt, wir machen in dem ganzen System zu viel Druck und deswegen brauchen wir ab und zu mal Situationen, wo wir uns mal überlegen, was sind eigentlich unsere Ziele? Was sind Situationen, wenn Lernen gelingt? Ich habe dazu diese wertschätzende Befragung entwickelt, das heißt, wir machen mit einem Kollegium am pädagogischen Tag, soll jeder mal eine Situation benennen, wo Lernen so richtig toll war, wo es richtig gut war. Und dann tauschen die sich aus und dann arbeiten wir die Kernprinzipien raus. Und innerhalb kurzer Zeit hören wir dann tolle Geschichten, es finden nämlich ganz tolle Sachen in der Schule statt, aber nicht jeden Tag. Und die Frage ist, wie kriegen wir davon mehr? Dann machen wir eine Visionenphase. Wir stellen uns vor, in fünf Jahren sind diese Ausnahmensituationen flächendeckend und wie kommen wir da hin? Das heißt, raus aus diesem Beschleunigungsrad, wo es immer 5 vor 12 ist. Und der entscheidende Schlüssel ist eben eine wertschätzende Kultur. Da kann ich auch wieder einen Schlenker zur Digitalisierung bringen. Wenn Sie so eine Lernplattform haben, dann kriegen Sie ja ständig positive Rückmeldungen. Pythagoras, A, C, you're great. Die positive Psychologie hat festgestellt, wenn Sie in eine Aufwärtsspirale kommen wollen, brauchen Sie drei positive Rückmeldungen auf eine negative. Drei zu eins. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, Kinder am unteren Leistungsspektrum, wie viele positive Rückmeldungen kriegen die am Tag? Fast keine. Das heißt, dann machen die nicht mehr mit. Das heißt, wir brauchen eine Schulkultur, die auf Wertschätzung basiert. Übrigens die Lehrer auch. Schulinspektion. Guter Schulinspektor müsste drei positive Sachen über den Lehrer sagen und eine, wo Entwicklungsbedarf ist. Dann fangen die Leute an, dann sind sie motiviert. Aber wenn ich gesagt kriege, da bist du schlecht, dann machst du nichts mehr. Dann sagst du, es geht mir vorbei. Ja, wir haben aktuell das Problem, dass autoritäre Systeme zunehmen überall. Wir haben es auch gerade bei der Wahl erlebt. Umso wichtiger wird, dass Schule ein Ort der Demokratisierung wird. Stärker. Und wir machen in den Zukunftswerkstätten, sagen wir immer, wenn es um die Zukunft der Schule geht, Schüler sollen dabei sein. Und der Witz ist, die entwickeln ganz tolle Modelle. Und wenn wir jetzt an Digitalisierung denken, ja, man kann ja E-Partizipationen machen, man kann Interventionen machen, man kann aus dem Klassenraum heraus eine Revolution starten. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die wir heute haben, die man machen kann. Und ich habe in Kassel mit 46 Schulen Zukunftswerkstätten gemacht, zur Zukunft der Stadt Kassel. Und das Tolle war, eine Förderschule hat den ersten Preis gewonnen. Die hat hier Kassel als inklusive Landschaft gebaut. Und die Schüler haben die gesamte Dokumentahalle mit ihren Visionen ausgefüllt. Und hier sehen wir das Stadtparlament, wie sozusagen da die Prämierung läuft. Also Schüler sind unterschätzt. Und wenn wir hier um Digitalisierung reden, dann geht es darum, auch Räume zu organisieren, in denen die richtig eingreifende Zukunftsgestaltung machen. Also nicht nur Lernen auf irgendeine Zukunft, sondern dass sie sich als vollwertige Zukunftsgestalter empfinden. Service Learning, Entrepreneurship Education und so weiter und so weiter. Hier die Evangelische Schule hat ja dieses Projekt Herausforderung. Also alles, was direkt eingreift, wirklich, wo man sich als Bewirgender erlebt, ist sozusagen etwas, was möglich ist. Und damit bin ich um zwei vor drei bei meinem siebten Trend. Gut. Normalerweise fange ich solche Veranstaltungen, wenn ich jetzt mit Kollegen arbeite, immer mit der Frage an, was ist eigentlich das Wichtigste bei der Entwicklung ihrer Schule? Weil ich glaube, wir haben vergessen, wenn man weiß, Skola heißt Muse, haben wir eigentlich vergessen, was die Aufgabe von Schule ist. Und der erste Lehrstuhlinhaber der Pädagogik, Ernst-Christian Trapp, der wusste schon 1780, Erziehung ist Bildung des Menschen zur Glückseligkeit. Und wir haben uns dann gefragt, wie ist eigentlich das Glück aus der Schule verschwunden? Und wenn man da in die Geschichte geht, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dann stößt man ständig auf solche Quellen. Und das steht sogar in der amerikanischen Verfassung, das unveräußerliche Recht auf Glück. Müsste Herr Trump nochmal lesen. Und ich bin da auf einen Berufsschulrektor gestoßen, Ernst-Britt Schubert in Heidelberg, pensionierter. Der hat das Schulfach Glück entwickelt. Und das wird inzwischen an 100 Schulen in Deutschland unterrichtet, ein Wahlpflichtfach. Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass Glück der Schlüssel ist, sondern das Fach, sondern ich glaube, dass Wohlbefinden ein Prinzip von Schule sein muss. Und da ist halt die ganze Kulturschulbewegung geht ja in die Richtung, was heißt Kulturschule? Kulturschule heißt, ist eine Schule, die in allen Qualitätsbereichen nach Prinzipien der Ästhetik gestaltet ist. In allen Qualitätsbereichen nach Prinzipien der Ästhetik. Also wo man reinkommt, schon merkt, tolles Ambiente, wo das Klima entsprechend ist, wo die Kultur so ist. Und das ist eigentlich die Vision. Und Digitalisierung ist in diesem Rahmen ein Unterstützungsinstrument, das aber nur sinnvoll ist, wenn wir ein entsprechendes pädagogisches Konzept haben. So, normalerweise würde ich jetzt noch meine magischen 3x3 beschreiben. Das mache ich jetzt aber High-Speed-mäßig. Ich glaube, wenn Sie, das ist jetzt sehr viel, was ich gesagt habe, aber ich glaube, es gibt 3x3-Prinzipien. Wenn Sie die beachten, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine gute Schule haben. Sorgen Sie dafür, dass alles verstehbar, bedeutsam und handhabbar ist. Dann haben Sie mehr Kohärenzgefühl. Deswegen sind ja die digitalen Medien so attraktiv, weil da vieles verstehbar ist, bedeutsam und weil man es handhaben kann. Ja, deswegen sind ja die Spiele so attraktiv. Sorgen Sie für die Erweiterung, altersgemäße Erweiterung des Raums für Selbstbestimmung, Kompetenz, Erleben und Sinn. Ich hatte da immer die nette kleine Geschichte, wie ich meine 6-jährige Tochter in die Musikschule getan habe. Professoren, Kinder müssen Klavier lernen. Trotz gutem Lehrer, leichter pädagogischen Tricks, Einsatz mittlerer Gewalt, starker Gewalt. Sie hat nichts gelernt. Und eines Tages sagt sie, Papa, kauf mir ein Einrad. Ich sage, wieso denn jetzt noch ein Einrad? Wir haben so viel Spielzeug, liegt doch doch nur in der Ecke. Ich kaufe es, es liegt in der Ecke. Aber ein halbes Jahr später geht die Tür auf, sie fährt eine perfekte Pirouette, ist vor zwei Jahren beim Zirkus Ramazzotti vor tausend Leuten mit ihrer Truppe aufgetreten. Warum hat dieses Kind nicht Klavier gelernt bei dem Superlehrer und warum hat es Einradfahren gelernt? Ich sage immer, sie ist heimlich in meine wissenschaftliche Bibliothek gegangen, hat die Selbstbestimmungstheorie von D.C. und Ryan gelesen. Denn D.C. und Ryan sagen, das, was sie selbstbestimmt machen, also ihr Element, da sind sie nicht zu bremsen, da wollen sie weiterkommen. Und die dritte Ebene ist, sagen sie nicht ihren Kollegen, wie schlecht sie sind, sondern sorgen sie ab und zu für einen wertschätzenden Austausch. Also mal gucken, was gelingt uns, wo sind wir gut? Drei zu eins Rückmeldung. Entwickeln sie eine gemeinsame Vision, ein Leitbild, was ein richtiges Leitbild ist und einen Zukunftscode und einen Plan, wie sie da hinkommen. Und wenn sie das machen, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine gute Schule haben, dass es ihnen auch besser geht. Und das ist alles nicht neu. Wir sind ja im Zeitalter der evidenzbasierten Pädagogik. Die ökonomische Glücksforschung hat rausgefunden, dieses hier. Und auch das, was die da rausgefunden haben, mit riesen Aufwand und Forschungsmitteln, ist auch nicht neu. Das hätten sie bei Aristoteles nachlesen können, bei David Hume. Und was vielleicht ein schönes Motto für die nächste Woche wäre, ist auch evidenzbasiert nachweisbar von Voltaire. Ja, ich danke fürs Interesse. Vielen Dank.